hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute mal wieder ein unboxing ist ja etwas selten auf meinem kanal geworden und heute geht es aber um die ich glaube das auch die ersten steelbooks in diesem jahr die ich auspacke ja geht es um die star wars episode 1 2 und 3 und zwar die deutschen ja wir kennen die alle von zabi da habe ich euch ja schon mal vorgestellt episode 4 5 und 6 verlinke ich euch noch mal hier oben an dieser stelle die hatte ich mir damals nicht kauft weil es mir einfach zu teuer war und die filme sind wir mal ganz ehrlich scheiße sind also sie sind wirklich gut ich bin ein großer star wars fan und hätte die reihe weil die sieht halt optisch schon geil aus hätte ich die gerne komplett gehabt bloß wie gesagt haben wir noch das 4k hier haben wir bloß die normale blu-ray ohne bonus ist dabei da hatten wir noch die 4k ist dabei und ja wie sagt hier ist im 4k glaube ich sehen die auch scheiße aus teil 1 bis 3 wie sagt der erste ist richtig scheiße teil 2 geht zum teil 3 ist eigentlich okay ja ich hatte auch mal reviews dazu gemacht ich verlinke ich die auch mal unten hier an der video stelle zu allen star wars film ja wie gesagt das sind jetzt die ersten die rausgekommen sind dann kommt noch episode 3 4 5 und 6 ich weiß nicht ob die jetzt auch schon mit rausgekommen sind und dann kommt später noch mal 7 8 9 denn und dann noch die anderen beiden ja die habe ich mir auch noch bestellt wie sagt werte dann hier auch auf dem kanal seht ich vergleiche das jetzt auch noch gleich noch mal mit dem star wars episode hier die rücke der jedi hier hier ist das service die book ob da irgendwas optisch jetzt von den fahren vom lack oder von dem fahren mit sich vom lack oder so unterschiedlich ist oder ob das wirklich die gleichen sind weil die kosten ja im durchschnitt 15 euro gibt es schon bei 13 euro los durch teilweise 14 also um die 15 bis 16 euro könnte die haben und wir fangen einfach mal an mit den ersten ja ich will das jetzt hier auch ein bisschen schneller abarbeiten damit war da ja wie gesagt um einen kennen hier schon wie sagt sind die von xavi halt in frankreich gibt sie dann noch mit mit der 4k disk aber wie sagt beta 1 2 und 3 ist mir das jetzt überhaupt nicht wichtig gucken wir bloß mal ich vergleiche ich will gleich mal hier das hier mal zeigen so die jk zum beispiel vergleichen wir gleich mal hier beim ersten teil ist fast identisch wie gesagt wir haben hier noch wie sagt 4k das darauf hier noch das usk logo was wir natürlich aber sonst sehr sehr ähnlich gehalten auf der rückseite sieht das denn ganz so eigentlich auch nicht groß anders aus oben die bilder wie sagt hier noch mal 4k dazu und und ein paar mehr angaben so dass die book schauen wir uns gleich mal an front wie gesagt gefällt mir eigentlich gesagt vom motiv her sehr sehr gut rückseite hier auch sehr schön gelungen öffnen war das ganze mal ja wirklich wie sagt vom motiv her finde ich wirklich ein sehr sehr schönes die book von innen sieht das ganze so aus hier haben wir denn die disk halt die bonus das als erstes dann hat den film wie sagt hier das hintergrundbild und das hat auch wenn man wenn ich jetzt so sagen darf wirklich von der qualität her sieht das jetzt gut aus ich mache mir gleich mal ein bisschen andersrum hier wieder zurück die bonus ist so eine vergleiche mal kurz wie sagt vom lack her wollte ich mal das mit dem alten hier vergleichen ob da irgendwie was anders ist oder qualitativ nicht ganz hochwertig ist und die sind vollkommen identisch wenn ich das so sagen da vom lack ja das ist komplett gleich also was ich so auf den ersten blick sagen kann ja sind die wirklich komplett identisch wenn wir uns jemand das bein angucken wie sagt von der schriftfarbe wie sagt vom spain der rücken hier die rückansicht wie sagt ich habe halt es ich kann nicht eins zu eins vergleichen aber ihr seht schon vom lack her von den farben von dem rand von der größe ist alles komplett identisch wir können hier auch mal ein bisschen näher rangehen das auch so ein bisschen den lackvergleich vielleicht so ein bisschen habt also auch der der rand und so dieser silberstreifen da das ist ja sogar haben wir hier sogar die englischen die englischen titel drauf sehe ich jetzt gerade ich glaube auf der j-card steht es in deutsch warten wir mal kurz warten wir mal welcher war jetzt was hier wenn ihr das sehen könnt da man die dunkle bedrohung und das sind wirklich englische titel auf dem jahr steve book drauf also sind wirklich komplett die gleichen komplett identisch ohne war ja vielleicht dass sie vielleicht nicht in hochglanz dass sie vielleicht im matz sind also richtig hochglanz waren die jetzt hier auch nicht so extrem dass sie vielleicht im matz sind oder irgendwie was anders sein sollte aber nein so dann machen wir gleich weiter hier angriff der klonkrieger welcher war das der zweite überhaupt ich komme jetzt durcheinander ja genau angriff der klonkrieger war denn episode 2 ja zeigt euch noch mal kurz mit j-card hier auch sehr geiles motiv muss man schon sagen wie gesagt die gefallen mir alle von diesen motiven sehr sehr gut bis halt auf den fünften teil der war ja nun wirklich richtig kacke und hier von front die front hier richtig geil also gefällt mir wirklich sehr sehr gut rückseite auch ein träumchen sagen wir es mal so ja das bein auch in englisch innen drin haben wir dann hier die disk wieder die bonus dass vorne die mal raus so dass im motiv auch sehr cool von den farben alles ganz schick also kann man sich nicht beklagen gefällt mir sehr sehr gut so dann machen wir das auch mal beiseite hier und dann nehmen wir hier noch den letzten teil den ich jetzt hier habe wie gesagt an boxen zu den anderen dann bei 7 8 9 und hießen die anderen beinen genau da sieht man mal den star wars fan in mir so hier wieder mit der car j-card oder den schuber ja hier noch ein paar informationen wie sagt für den film muss ich jetzt nicht groß was sagen wie gesagt reviews dazu habe ich euch unten verlinkt hier auch ein sehr sehr schönes motiv gefällt mir sehr sehr gut rückseite hier hier wieder mit der bonus disc und innen hier sehr sehr schön vom druck her wie sagt top und der preis ist wirklich top 15 euro im durchschnitt also muss man sich mal überlegen ja da kann man ja wie gesagt ich wollte die 4 5 und 6 gerne in urd haben weil das meine lieblingsteile sind die anderen wie sagt ist mir das nicht wichtig ich hätte aber gerne mal alle im steve ich hatte mir damals die deutsche steve nicht geholt weil mir nicht so gefallen aber die finde ich wirklich richtig schick und finde cool dass ich die jetzt schön bei mir dann irgendwann mal schön präsentieren kann das finde ich sehr sehr geil ja schreibt mir in den kommentaren wie ihr die steve es findet habt ihr seid ihr jetzt sauer weil die bei savi so viel kohle ausgegeben hat und jetzt hier die für ein apple und ei hättet bekommen können in deutschland schreibt es gerne meine kommentare was ihr von ihnen haltet und ja in diesem sinne soll es auch wieder an dieser stelle gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao